So, ich geh mal zu der Quest dahinten und geh den Turm aber komplett hoch. Hast du die Quest echt komplett fertig oder was? Ich kann die zumindest nicht mal annehmen. Okay. Mission starten. Aha, erreiche die Spitze des Turms. Hast du also auch noch nicht? Nee, ich spüre. Okay, mal jetzt. Datensammlung 16. War ich das oder warst du das? Nee, das war ich gerade. Okay. Oh, ich hab aus Versehen. Polizei, hast du geholt. Ja, kein Problem. Da holen wir uns das hier kurz noch, weil wir gerade daneben stehen. Und das auch. So, hier hinten. Alter, du bist ja echt scheiße schnell, ne? Mit... Oh, oh. Was? Scheiße, ich bin in so ein Event reingesprungen. Was? Achso, was? Okay. Geht's? Fuck, gleich tot. Hab ich da unten was verpasst? Ich hoffe es nicht. Oh, ich bin natürlich viel weiter weg. So. Das sah gerade echt so aus, als könnte ich da hochspringen, aber das ist... das Riesenteil da hinten. Hahaha. Irgendwann kann ich da auch von hier aus hochspringen. Wahrscheinlich, ja. Krieg's nochmal ein. Und nochmal. Warp.aktiviert. Gut. Und nochmal ein. Und nochmal ein gleich. Jetzt. Uh, 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 uh. Boah, fast zu weit, ey. Scheiße. So, jetzt hier nochmal Wandspringchen. Boah, jetzt muss man aber rüberlenken bei den Wandspringen, okay? Okay. Mann 32 Warpunkt erreicht Du kannst zu meinen nicht hochporten Doch wenn der freigeschaltet war Aber ich war Millen Sekunde bevor du freigeschaltet hast 33 Boah das ist schon geil hier Also GTA egal was er kommt mag Ja das ist schon Oh Oh shit Ja du kannst halt GTA modden Ach GTA scheiß auf GTA Alter wenn du das Spiel hast dann mehr brauchst du nicht Genau Aber das glaubt mir niemand Ja ok du kannst dann nur zu zweit spielen GTA neu Kannst ja wohl Mehr Hey bald haben wir 100 Jetzt habe ich ein Problem Was Ich stoße da immer irgendwo gegen der Wand Ja du musst in der An der schrägen musst du äh Rüber rechts Und so Nicht gerade hoch Nicht gerade hoch Sondern du musst da schräg rüber Also wenn das das gleiche ist was ich hatte Na ich versuche gerade nach ganz oben zu springen Ja ich bin glücklicher zu hoch Ja ich bin glücklicher zu hoch Aber nicht über die Plattformen so wie du sondern Die würde ich auch noch haben Ja das glaube ich kaum dass du das kannst Na Alles geholt Fertig Ziele erreicht Erkunde den Turm Ja Aber jetzt würde ich mal gucken ob das echt geht Warte Weil bei dem anderen Turm ging das nämlich auch Ok Erstmal richtig viel Kohle noch bekommen Geile Scheiße Zwei Boni Überweisungsrate Das stündliche Überweisen von 500 Das hört sich gut an Kost 9000 Machen wir trotzdem Ah scheiße Das ist ja bald Also hier an dem Turm ist das schwieriger Als bei dem anderen war das easy Ja der Turm ist echt schwieriger fand ich auch Ja Zwei Pistole Zwei Pistole Ich liebe zwei Pistolen Halt jetzt schon mal gerade Naja zwei MG ist besser Ha aber ich habe es jetzt geschafft Ich wäre auch so nach oben ohne die Plattform Direkt hoch springen ok So So Wanden Fähigkeiten Gibt es jetzt noch hier Ach ja Da oben ist ja der Turm Hallo Hallo Ich kann mir neue Kräfte holen Ich muss ja erstmal neue Kräfte Tempo So Dann machen wir mal Upgrade Wandlauf Spring an die Seite eines Gebäuse Und nutze umschalten Um an der Wand entlang zu laufen Ja das ist cool Ja das ist cool Wandlauf ist geil Ja man Habe ich Und den verringerten Schaden Den kann ich mir noch nicht holen Man kann sich immer noch nicht alles holen So Bargeld Ah Da wird auch direkt angezeigt Wie viel Also Laden Hacken 0 von 34 Ziele 3 von 85 Aktivitäten Achso Du hast übrigens keine unendliche Ausdauer Bei den Superkarten Nein Das kriegst du erst später Ja Ich habe mir jetzt erstmal das Upgrade gekauft Von dem Panzervandalismus oder Hä Panzervandalismus oder Ne Fähigkeiten Ausdauererhöhung Ne Jetzt Panzervandalismus machen oder Achso Ähm Moment Ich muss erstmal Kräfte wieder ausgeben Dann muss keine was kaufen So Supersprint Da kann ich nicht Ich kann Wandlauf kann ich nicht machen Ja dann Warte ich geh nochmal kurz rein Dann hast du irgendwas anders gemacht als ich Ne Ich hab äh Level 6 noch nicht Wandlauf Äh Wandlauf Achso du hast noch kein Level 6 Okay Weiß auch nicht warum du kein Level 6 hast Da fehlt mir ein kleiner Teil Ja Kann ich schleppen Ich spring da mal rüber ne Wo rüber? Da diese 2000 Meter Du kannst ja fast darüber gleiten ne Ja Das versuche ich ja gerade Ja Ja Besser wie mit Fallschirm 600 700 Meter gleite ich schon Ja das ist doch nicht ganz reich Rein vom Winkel her wo ich da aufprallen wäre Bleib das Bist du denn noch abgesprungen vorher? Ja klar Es geht dann mit mir automatisch runter Ja Mit mir auch Der verbraucht glaube ich während dem gleiten Während dem gleiten verbrauchter sprint Ja Ich bin aber weiter gekommen dann wie als du dann Ich bin Hab fast 1000 Meter geschafft Das komme ich hier nicht mal hoch Was im Wasser kannst du auch springen Hol mal noch ein paar mit Achso ja wahrscheinlich habe ich zu früh äh diesen äh diese Schwimmbewegung da gemacht Die hab ich nicht in voller Höhe wahrscheinlich gemacht Na? Das kann sein ja 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 Niemand ist perfekt Aber ich fast Also selbst die Verschätzung ist in dieses Spiel angesagt ne? Ja 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 das stimmt Jetzt bist du natürlich weiter als ich aber das ist mir egal Ich hol hier noch so Dinger kurz Komm Jo So Und das dann noch Ah Knapp daneben ist auch vorbei Wo war noch was? Da drüben Ich habe Erfolg bekommen Äh Warte ganz kurz Das will ich noch So jetzt kannst Boah 1.200.000 Kohle brauchen wir Für Gold Für Gold Für Gold Wieder Vandalismus oder was? Achso Panzer 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 ja Boah Also so viele Autos schrotten wie möglich So geil deine Stimme Ey das gibt's doch nicht Ja Kombi Komm 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 Wir sollten unterschiedliche Wege fahren aber das sollte möglich sein eigentlich ein bisschen mehr kombi machen sonst bringt es nichts ich bin bei 35er kombi das hätte ich nicht für uns zusammen 42 43 50 50 57 25 ist wieder wo hinter mir ist ein panzer 41 47 49 60 60 ist maximum anscheinend oder dann geht die zeit sehr schnell vorbei aber wir waren schon geschafft aber gold wird knapp ich glaube gold ja obwohl da wenn polizei kommt passt wo ist der heli ja wir haben ja an der seite noch so komische dringern müssen wir bestimmt noch irgendwie so secrets einsammeln oder so 88 90er combo ach kommt schon kommt schon ach ja ich habe zu spät gescheid mein weg war Aber knapp, 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 ganz, ganz knapp, egal wie viel kriegen wir, 3-5, boah, war das knapp ey, ja.